Einen wunderschönen guten Morgen hier an diesem Freitag, den 8. März. Mein Name ist Lisa Hassenzahl und ich freue mich sehr, heute mal von einem etwas ungewöhnlicheren Ort, nämlich hier der Frankfurter Wertpapierbörse, berichten zu dürfen. Hier, man sieht es schon im Hintergrund, ganz viele Frauen, eine ungewöhnlich hohe Frauenquote hier heute in Frankfurt. Warum? Naja, es ist Weltfrauentag und es gibt unglaublich viele Veranstaltungen, ganz viel Frauenquote, sehr ungewöhnlich und sehr erfreulich. Ich möchte mich auch an dieser Stelle gar nicht lange mit der Diskussion darüber aufhalten, ob ein Weltfrauentag jetzt ein positives oder ein negatives Signal gibt. Ich weiß, es gibt viele Stimmen, die sagen, naja, wenn wir extra einen Tag brauchen, um uns dem Thema Frau zu widmen, dann zeigt das ganz eindeutig, dass Emanzipation noch nicht 100 Prozent angekommen ist. Ich würde es eher so sehen, es gibt tatsächlich Unterschiede, es gibt auch nach wie vor Themen, die für Frauen besonders wichtig sind. Und eins davon, das sehen wir hier, nämlich das ist das Thema Geldanlage. Und da ist es zweifellos so, dass wir Frauen dem wendlichen Geschlecht noch deutlich hinterherhinken, wir uns viel mehr um unsere Geldanlagen kümmern sollten, sogar eigentlich stärker als Männer, denn es gibt einfach gewisse Themen und Besonderheiten in den Lebensentwürfen einer Frau, die dazu führen, dass tendenziell sogar eigentlich mehr benötigt wird in Sachen Altersvorsorge und Geldanlage. Und insofern finde ich es unglaublich schön und sehr, sehr wichtig, dass es solche Veranstaltungen gibt. Ich finde es ganz toll, auf das Thema aufmerksam zu machen. Ich werde auch an dieser Stelle mal ein Video verlinken zum Thema Frauen und Geldanlage mit den Basics und ein paar Besonderheiten, was das Thema Frau angeht. Denn es ist einfach so, wir haben es heute Morgen auch wieder in den Nachrichten gesehen, eine aktuelle Studie, die einfach zeigt, Frauen haben noch eine größere Angst vor dem Thema Geldanlage, davor Fehler zu machen. Und da muss man einfach sagen, wir alle zusammen sollten Abhilfe schaffen. Das sehen wir einfach hier vom Frankfurter Parkett aus. Und deswegen, ich wünsche jetzt allen Frauen, aber natürlich auch Männern einen wunderschönen Freitag, ein schönes Wochenende. Herzliche Grüße aus Frankfurt von der Wertpapierbörse und liebe Grüße!